Musik Jeder Mensch hat eine Geschichte. Ich habe nie darüber geredet. Nie. Jede Geschichte braucht ein Lied. Das hat mich angefixt und ich wollte wieder hochkommen. Und jedes Lied braucht Menschen, die es singen. Du hast einfach ein Gefühl in dir, was verbindet. Die Verbindung ist im Grunde die Musik.